Eine andere Sache, die mich heutzutage auch traurig macht, die ich aber zum Glück auch gecheckt habe, ist, dass Leute fast die ganze Zeit über andere Menschen geredet haben und über die gelästert haben und dann im Nachhinein dachte sich dein dummer Kopf, ey, aber ist doch okay, er lästert ja, ich habe ja nichts gemacht, ich habe ja über die Person nicht geredet, also geht es ja irgendwo klar, obwohl das doch auch verwerflich seinem Vater ist. Alleine, dass du da zuhörst, ist doch schon schlimm genug und auch ein Punkt, den ich jetzt auf den Islam rüberziehen muss, ein Mensch, der jemandem zuhört, der lästert, ist genauso schlimm wie jemand, der selber gelästert hat. Entweder entfernst du dich einfach von diesem Gespräch oder sagst dieser Person, dass sie das unterlassen soll.